Oh, ja, Entschuldigung, wird das gehen, aber es ist noch früh am Morgen in den Ferien, zwischen den Feiertagen und, boah, ich bin einfach noch ein bisschen müde hier und, äh, naja, ich hoffe, ihr verzeiht mir das. So, kommt jetzt hier den Laufweg. Warum bin ich nur nicht so cool und risikobereit wie du, Rufus? Ich würde auch gern so krasse Sachen erleben. Aber tief in seinem Innern weiß er längst, dass er nicht das Zeug dafür hat. Das wird ihn in eine tiefe Depression stürzen. Oh, Mann. Ich hoffe, er ist zu Hause. Ist er nicht. Wenzel? Ach, schade. Hey, Rufus, schon zurück? Das ging diesmal aber wirklich schnell. Sag nichts. Ich hatte es diesmal wirklich schon geschafft. Leider kam mir wieder einmal meine Menschenliebe dazwischen. Ach ja, diese verfluchte Menschenliebe. Immer steht sie dir im Wege, nicht wahr? Du sagst es. Du kommst ja zu nichts mehr. Es gibt einfach zu viele Menschen. Man sollte sie alle... Im rostroten Meer versenken, genau. Diese verfluchte Menschenliebe. Apropos, danke für deine Sachen. Was? Moment mal. Ist das etwa meine Kiste? Du hast gesagt, ich kann alles nehmen, wenn du es schaffst. Aber... Und du hast es geschafft. Das hast du doch eben sogar noch einmal bestätigt, oder? Ja, ja schon. Na, dann ist doch alles paletti. Na, diese miese Kleine. Hast du von der Frau aus Elysium gehört? Wer hat das nicht? Hast du etwa was damit zu tun? Hey, du kennst mich doch. Wo immer eine Frau in Not ist, bin ich bereits zur Stelle. Ja, da scheint es tatsächlich einen Zusammenhang zu geben. Ich war dabei, als die Frau vom Himmel fiel. Schon gut. Ich bin mir sicher, es war keine Absicht. Nein, du verstehst das falsch. Ich habe sie gerettet. Natürlich hast du das. Willst du gar nicht zum Rathaus? Und die Frau aus Elysium bei mir aufnehmen? Ich muss gestehen, ich habe mit dem Gedanken gespielt. Ich habe mir sogar schon eine Wartenummer geholt. Aber dann habe ich gedacht, was habe ich schon anzubieten? Nichts. Wenn ich reich wäre oder eine Wasserader finden würde, dann hätte ich vielleicht Chancen. Aber so... Hast du die Kiste etwa aufbekommen? Ja. Man musste nur vorher die Kindersicherung lösen. Aber es war nur dieser komische Stock da drin. Das ist die Wünschelrute meines Vaters. Meinst du? Der Legende nach hat sie ihm immer Glück gebracht. Er hat damit die Wasserader gefunden, auf der Kuwak gegründet wurde. Puh. Wenn mein Vater immer so viel Glück gehabt hätte, warum hat er es dann nicht geschafft, mich mitzunehmen, als er Deponia verließ? Tja, da bin ich überfragt. Tja. Vielleicht kannst du mir helfen, ein paar Sachen zu besorgen. Schon wieder? Tja, du hast mir immer noch nicht meinen Rasenmäher zurückgegeben. Ach ja, der Rasenmäher, ja. Besorg dir lieber einen neuen. Der Alte hatte ganz miserabel Flugeigenschaften. Oh ja. Worum geht es denn diesmal? Braucht er überhaupt einen Rasenmäher im Schrott, ey? Hast du eine Idee, woher ich gebrannte Bohnen bekomme? Ich kenne nur Bohnen, von denen dir der Mund brennt. Gehen die auch? Weiß nicht. Ich will eine Art Medizin herstellen. Da sollte man nicht zu kleinlich sein, oder? Hm, du machst das schon. Hast du eine Idee, woher ich schwarzes Pulver bekomme? Schwarz Pulver? Keine Ahnung. Du bist doch der Fachmann, was Explosionen anbetrifft. Immerhin explodiert jede zweite deine Erfindungen. Was auch heißt, dass jede zweite nicht explodiert. Ja, immerhin. Hast du eine Idee, woher ich klares Wasser bekomme? Klares Wasser? Sowas gibt es doch nur in Legenden. Na und? Mein Vorhaben ist ja auch legendär. Der Legende nach hat dein Vater einst klares Wasser gefunden. Auf diese Weise ist er Bürgermeister von Kuwak geworden. Man munkelt, dass noch immer ein paar Flaschen davon im Rathaus versteckt sind. Das wäre allerdings typisch. Er verlässt Deponia, aber sein Reichtum versteckt er lieber, anstatt ihn mir zu vermachen. Immerhin hat er dir die Wünschelrute hinterlassen. Vielleicht kann man damit ja doch Wasser finden. Puh, träum weiter. Hast du eine Idee, woher ich belebendes Wasser bekomme? Ich habe mal gehört, dass es belebend sein soll, das Blut von Stieren zu trinken. Du glaubst auch alles, was man dir erzählt, he? Wie, dass ich das Geld zurückbekomme, das ich dir geliehen habe? Genau. Hast du eine Idee, woher ich energiereiches Wasser bekomme? Energiereiches Wasser? Was soll denn das sein? Die einzige Energie, die ich kenne, steckt in den Autobatterien, die man überall im Schrott findet. Na, dass du mir nicht viel zum Thema Energie sagen kannst, hätte ich mir ja auch denken können. Fauler Sack. Ja, eben. Ich glaube, ich mache das lieber alleine. Denn, seien wir doch mal ehrlich, du warst noch nie eine große Hilfe. Wie du meinst. Keine große Hilfe. Brillant. Was denn? Verstehst du nicht? Keine große Hilfe. Weil du klein bist. Ach, das musstest du jetzt noch nicht sagen, Rufus. Jetzt ist es nicht mehr lustig. Bis später. Genau. Das ist die Wünscherute von meinem Dad. Nichts, da Rufus. Die gehört jetzt mir. Aber das ist ein Familienerbstück. Na und? Geschenkt ist geschenkt. Oh, Junge. Ich kann es kaum erwarten, sie auszuprobieren. Vielleicht finde ich ja irgendwo in der Gegend eine Quelle. Und wenn ich dann reich bin? Teilen wir 50-50? Leihe ich sie dir vielleicht mal für ein paar Stunden aus. Ich kann es kaum erwarten, sie sitzt da wie so ein voller Sack in der Ecke. Ja, sicher. Ins Badezimmer. Kann ich hier, äh... Vielleicht, äh... Ach, verdammt. Irgendwas denn mit der Selt? Haben wir ja nicht. Schade. Oh, warte mal. Er ist aufgedunsen, er ist nutzlos und er hat einen Schwamm in seiner Küche. Ist das nicht im Badezimmer, Rufus? Na gut, dann können wir wieder zurück. So, dann wollen wir noch mal in den Keller. Wenn mich mein brillanter Orientierungssinn nicht trügt, müsste ich jetzt direkt unter der Dusche sein. Dann, äh... Psss, 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 psss. He, he. He, he, he. So, äh, hier haben wir, äh, nix. Ja, gut. Dann... ...kann mal wieder raus. Dann gehen wir nochmal rein. Achso, hier kann man gar nichts machen. So, ja, schade. Unter der Dusche. Ist das die Dusche? Naja, ich weiß es nicht. Sonst noch irgendwas hier? Nö. Gut, dann können wir wieder raus. Dann können wir hier mal in Tonis Laden gehen. Gucken, was die uns so für Lügen verbreitet hier. Es sieht so aus, als sei Toni im Laden. Wenn ich da jetzt reingehe, muss ich sicher wieder ihre spöttischen Bemerkungen über mich ergehen lassen. Ach, was soll's. Besser, ich bringe es hinter mich. Eben, Movo, es ist besser so. Ach, sieh an. Wen haben wir denn da? Ist das nicht Evel Knevel? Der Meister der Schwerkraft? Der Himmelsstürmer? Der Windjockey? Der Reisende auf dem Weg in die oberen Sphären? Und doch steht er hier. Direkt vor mir. Wer hätte das gedacht? Tja, ob du's glaubst oder nicht. Diesmal hatte ich es wirklich geschafft. Ich war auf einem Organonkreuzer. Auf direktem Wege nach Elysium. Und dann hattest du Sehnsucht nach mir? Ich musste mich entscheiden. Ein Leben in ewiger Glückseligkeit, also ohne dich. Oder eine schöne Elysianerin in Not vor dem sicheren Tod retten. Genau. Rufus begeht eine selbstlose Tat. Ich würde ja jetzt lachen, aber mein Zwerchfell ist noch überspannt von dem Moment, als du vorhin über die Hügelkuppen geschleift wurdest. Wenn ich das Mädchen geweckt habe und sie mich mit nach Elysium nimmt, wirst du dich schon noch wundern. Ihr werdet euch alle wundern. Genauso sieht's aus. Wie läuft das Geschäft? Seit wann interessiert dich das denn? Wer sagt denn, dass es mich interessiert? Ich bin nur extrem höflich. Du hast vor allem eine extrem falsche Vorstellung von dir selbst. Das liegt daran, dass mein Spiegelbild so blendet. Warum so sauer? Warum? Du hast meinen Briefkasten zerstört, meinen Hinterhof verwüstet, meine Vorräte aufgefressen. Und wenn ich herausfinde, dass das Verschwinden meiner Lieblingsstiefel irgendwie mit dem Bau deines komischen Fluchtapparates zusammenhängt, dann Gnade dir Gott! Irgendwo drin musste ich doch das Schwarzpulver transportieren. Was? Ach, nichts. Ich würde gerne etwas kaufen. Von welchem Geld denn? Oder hast du jetzt neuerdings einen Job, von dem ich nichts weiß? Ich würde dir das Geld ja auch zurückgeben. Oh! Ich wollte mich verabschieden, bevor ich diese Müllkippe verlasse. Oh, schon wieder Fluchtgedanken? Merkst du eigentlich noch was? Du wirst hier nie wegkommen. Nie, nie, nie. Und das heißt, ich habe dich für den Rest meines Lebens am Hals. Gibt Schlimmeres, oder? Was sind das für Coupons? Das sind Geschenkgutscheine. Man gibt sie bei der Post ab und die liefern dann die Ware für dich aus. Cool, die nehme ich doch glatt. Hey, Pfoten weg! Was denn? Die kosten was. Ich dachte, es sind Geschenkgutscheine. Oh! Ja eben, Geschenkgutscheine sind doch geschenkt. Die Hausapotheke ist verschlossen. Hast du dich etwa verletzt? Noch nicht. Schade. Wenn es soweit ist, sag Bescheid. Erst einmal habe ich dann etwas zu lachen und den Schlüssel kann ich dir dann auch geben. Hast du zufällig Kaffee hier? Seit du bei mir wohnst, nur noch schon Kaffee. Und selbst das ist noch zu viel. Vielleicht sollte ich die Kaffeemühle da langsam mal aus dem Laden schaffen. Die nimmt nur Platz weg. Wie du. Ich brauche dringend ein paar Zutaten. Wenn nichts mehr im Kühlschrank ist, bekommst du auch nichts mehr. Nein, ich meinte... Das Thema ist beendet. Verdien dein eigenes Geld. Dann kannst du dir auch deine eigenen Lebensmittel leisten. Boah, du Bieste. Ich muss weg. Ach, das sage ich schon seit Jahren. Aber du bist immer noch da. Gewichte, Anker, Metallstiefel, Haken. Was man halt so braucht, um ewig auf der Stelle zu treten. Da ist ja nicht einmal mehr ein Krümel drin. Ich muss wohl meine eigenen Zutaten besorgen. Na ja, egal. Ein Fenster. Ach, herrlich. Der Verwesungsgeruch aus Sektor 9 hält sich heute angenehm zurück. Gewichte, Anker, Metallstiefel, Haken. Was man halt so braucht, um ewig auf der Stelle zu treten. Ja, greif mal rein. Finger weg von meinen Sachen. Was denn? Ich stöber doch nur ein bisschen. Stöbern tun zahlende Kunden. Was du meinst, ist stören. Ach, Mist. Können wir die hier vielleicht... Mal so durch das Fenster, so, so. Von wegen Arbeit. Sie sitzt nur rum und dreht Däumchen. Das kann ich auch. So, hier, so, äh, so, hier, äh. Ich kann Toni doch nicht einfach mit Sachen bewerfen. Ohne Zielhilfe würde ich sie glatt verfehlen. Das würde sie nur noch wütender machen. Hm. Hm, Zielhilfe. Egal, gehen wir mal zu Toni's Hütte. Oh, da liege ich sie auch nicht. Sie klingen immer noch kaputt. Ja. Toni hatte schon immer einen seltsamen Geschmack, was Blumen anbetrifft. Können wir die jetzt nehmen? Autsch, heiß! Ah, da habe ich doch hier so ein... Find ich gut. Kann man da vielleicht mal den... Oh, jetzt habe ich eine Idee, was man mit dem Schwamm machen kann. Die Richtung, die Richtung, in die sich das hier entwickelt, gefällt mir nicht. Mir auch nicht, Rufus, aber es muss halt einfach sein. Und da kann man immer noch nicht rein, ne? Hm, verschlossen. Den Schlüssel muss wohl Toni haben. Mist. Müssen wir uns jetzt irgendwie verletzen bei ihr. Oh, und den Seitenschneider können wir nicht nehmen, ist ja blöd. Hm, Mist. Müssen wir mal wieder runtergehen. Oh, hier irgendwas. Oh, ja, das Schweißgerät, das nehmen wir auf jeden Fall wieder mit. Oh, ein Blindgänger. Ach komm, es kann doch nicht so schwer sein zu explodieren. Ich schaff's doch auch immer wieder. Eben. Und jetzt weiß ich auch, wo wir Schwarzpulver herbekommen. Na, wer sagt's denn, Schwarzpulver? So, das hätten wir schon mal. Chilischote, was brauchen wir noch? Oh, die Chilischote war die heiße Bohne. Schwarzes Pulver haben wir doch. Ja, ist ja komisch. Naja, egal. Schwarzes Pulver. Hm. Hm. Eigentlich sind Trichter was für Feiglinge. Aber nach dem dritten explodierten Öltank... Nimm den mal mit. Sonst ist hier nichts mehr? Nö. Gut, dann können wir gehen. So. Und wieder hier rein. Und jetzt gehen wir hier noch. BisTROM coldne ein. Ja. Ich bin gerne.